Jetzt geht's um was Fundamentales. Wir ziehen zusammen in eine Wohnung. Wir sind eine Generation, die schon Mitte 20 freiwillig die kreative Anarchie der Männer-WG gegen die Bürgerlichkeit einer Pärchenwohnung tauschen, hat mein Vater letztens gesagt. Was würdest du machen, wenn ich mich jetzt von dir trennen würde? Lass dich nicht stören, aber ich muss jetzt hier einziehen. Darf ich mal fragen, warum sie ihren Umzug zu dieser späten Stunde veranstalten? Tut uns leid. Hallo erstmal. Vielleicht hätte ich damals einfach standhaft bleiben müssen. Aber das hätte sie uns nicht gegeben. Vielleicht wäre das besser, wenn ich sehe, wie ihr euch durch euer Leben kämpft. Das ist eine Unverschämtheit. Kannst du mal irgendeine Emotion zeigen? Du zeigst doch schon so viele. Die absolut perfekte Superwohnung. Drei-Zimmer-Küche-Bad. 95 Quadratmeter. Balkon. Große Küche. Bezahlbar. Ey, die spinnen alle. Parkett und Stuck und Flügeltüren und Balkon und keine Raufaser und bloß kein Laminat. Das ist doch bescheuert. Das würde ich jetzt nicht so negativ sehen.